dass wir jetzt alles zerreißen ich hab voll Fokus ich hab mir alle Champs von dir noch mal gerade an offen ich klicke noch mal durch, den Varus bannen wir erstmal weg ja aber Varus ist so fucking weak in lane das ist mir egal wir bannen jetzt erstmal den Varus weg und dann kommen richtig schöne Tank Buns Varus boah er spielt kein er spielt kein Kassadin bei Kinoch Spanner müssen wir eigentlich auch einführen während der Champs Select Booker anmacht das hypt richtig das hypt richtig ja ich hör grad die LCS aus S3 dann bannen wir jetzt noch schön in Maokai bannen wir in Maokai bannen wir Alter ist das Copyright aber? was? nix, bin ich mit dir Cedrani oder Maokai, also beide werden wir noch bannen kannst du nicht entscheiden welche Reihenfolge ist die Copyright geschützt oder ist das Riot darf man alles haben Riot darf man alles haben nein wirklich echt? die Riot Musik ist ich mein dein Video wird nicht geflaggt wenn Riot Musik drin ist ist das Riot Musik? das ist doch von deren Stream eine Musik das ist doch nicht ach so das ist doch nicht Musik aus dem Launcher nein ja und jetzt noch Cedrani hinterher wir bannen die Tanks raus das ist alles was sie können so der Sugar ist schon mal weg Respekt Respekt man Leute mein Säck alter lit mua 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 Zucker die wissen jetzt nicht was abgeht nö die haben gar keinen Plan was wir machen die sind überfordert aufdrafted Moment mal das war das läuft aber nicht wie geplant gib ihn mir gib ihn mir ach so ja stimmt gib ihn mir gibs ihm Wir müssen richtig schnell richtig schnelle Pick-Band-Fahren machen wir müssen einfach so 18 Minuten richtig zuversichtlich richtig durchbüller äh büller warum Uhh das ist schwach da hab ich mehr erwartet Kragas ach komm der müsste so wegpicken er hat die Kragas a la free win ok können wir die die Bot-Denitalien schon picken ist das machbar? Haben wir doch schon zur Hälfte, mein Junge. 50-50, wie bei TTT. Willst du Anivia bleiben picken? Hab ich überlegt und wir geben Kevin dann den Counterpick. Aber wir können jetzt auch einfach den ADC picken und ich pick nicht bleiben. Kevin spielt gegen Platinum 4, der braucht keinen Counterpick, man. Alter, jetzt machen wir doch nicht so eine Pressure. Du musst jetzt mal abliefern. Es ist jetzt nicht mehr hier Master oder die Einspick. Scheißegal. Du musst hier performen, nicht in der Solo-Queue. Gut, erkennt das Gefühl, wenn ich das feeder gegen solche Leute. Bei mir genauso, auf Diamond 5 spielt ein Scheiß, auf Diamond 2 bin ich ein Gott. Das ist kein Problem, Jungs. Bei mir ist es genau andersrum. Die haben gar nicht mehr genug Bans für die ganzen OPs, die noch offen sind. Ich habe noch Corki, Anivia. Oh, das wird ein Free-Win, Jungs. Corki, ja. Tristana finde ich hier sehr gut. Die haben eh Oriana schon. Die haben Oriana, gar kein Problem. Was hat der Toplaner noch gespielt? Der Toplaner? Der hat noch Jarvan gespielt. Jarvan und Jace hat er noch gespielt. Jarvan kann ich ihn auch wegbannen. Ich will, dass du die richtig wegfickst. Kann ich dir garantieren? Warte mal, lass mich grad was sagen. In seinen letzten Games hat er nur Maokai, Jace und Jarvan gespielt. Ja, wenn der jetzt aber Jace biegt gleich hier, ne? Ja, dann machst du ihn halt platt, oder? Was denn? Der spielt auch noch Iredia. Dann spiel ich auch Iredia. Was sind seine Chants? Äh, was bannen wir? Ich würde Jarvan machen. Ja, Jarvan. Bannen ruhig Jarvan. Wollt ihr noch einen ADC-Bandeln, was euch nervt? Hm, vielleicht Caitlyn? Ich guck mir mal an, was der noch kommt. Nee, nee, warte mal. Die haben eine relativ firstlastige EOE-Comp. Da heißt es, wir sollten vielleicht dann noch irgendwas wegnehmen. Oder Twitch, Alter. Also, Jinn spielt dann auch sehr viel und sehr gut. Oh ja, vielleicht Twitch-Band? Spielt der Twitch? Äh, ich guck grad nach. Ich seh kein Twitch-Game bis jetzt. Hier, 26 Games, aber der hat halt ... Und den Twitch gewinnen wir halt in Lane hat. Der hat halt 450 davon, also ... Was ist, wenn er Jinn nimmt? Jinn-Band? Ist das Wolf? Oder einfach ... Ja. Ich finde, dass die wirklich was machen mit Jinn. Was ist, wenn wir jetzt einfach sowas wie Blitzcrank-Band oder Bart? Die haben doch schon ... Die haben schon Support. Lass mal, lass mal ... Lass mal, lass mal ... Ich glaub, Jinn-Band ist gut, weil wir sind relativ squishy alle. Jo, lass uns Jinn-Band. Der wird wahrscheinlich für'n Lucian gehen, übrigens. Also, die werden kaum Lucian picken, aber das seh ich als kein Problem, man. Hau ich weg? Ganz ehrlich? Da haust du komplett weg. Also, da hab ich nicht mal zwei ... Da kenn ich nichts. Wenn der nicht nur sexuell ingeht. Auch wenn wir das jetzt hier vor Tausenden von Leuten streamen. Ist mir egal, ich hau den weg, den Jungen. Ich hab ... Nervosität kenn ich nicht. Aber, Max, nimm mal den Zeigefinger und locker den mal so ein bisschen. Ja, das Problem war ich nur beim Gragas. Okay. Das ist doch kein Problem. Das ist ne Schuze. Ich bin wenigstens mal einer im Team, der Eier hat ... Okay, jetzt lass uns über die Picks nachdenken. Was zu verändern. Warte, Ruhe. Hier, warte, Batman hat gesagt ... Ruhig, ruhig, bitte, Max. Good chill. Ganz kurz. Batman hat gesagt, the world doesn't make sense until you force it to ... Was willst du haben, Toplay? Äh ... Ich werd wahrscheinlich Jaysayen. Kannst du jetzt schon Jaysayen? Weil ich brauch noch grad zwei Sekunden. Ach so, ja, ja. Du, ne Zola. Okay, was nehm ich hier? Ich hab Ari ... Alter, jetzt einfach die Leute so richtig überraschen mit nem Orion-Soul. Alter, das wär's. Die haben in zwei Games gespielt. Beide Male wollte ich mich wirklich töten. Also, es geht wirklich nicht. Oh, dann ... Nee. Nicht im Kau. Ich im Kau. Alter, willst du mich verarschen? Okay, warte. Wollt ihr Ari oder Corki? Äh ... Ari passt, glaub ich, besser nicht. Corki hat einfach mehr Damage. Naja, wir haben schon ... Guck mal unsere Comp an, ey. Ja, deswegen. Ich glaub, Ari ist besser. Okay. Mit dem Charm für Pick-Comp. Außerdem machst du gegen ... Ari noch wenige Match-Up als Ari, oder? Alter, merkt ihr was? Nee, ist ... Sequel. Wir gehen einfach ... Midland zu 5 durch. Fieden den Kevin ein bisschen an. Einfach so ne komplette Schieß-Taktik machen. Einfach so Mitte zu 5 pushen. Der rennt ... Der aber ... Ganz ehrlich, wenn er ... Wir haben wieder übel für Poke. Ach, macht doch nichts. Genau. Wir müssen aber Poke, ja. Wir können gar kein J-Stame verlieren. Das sind ... Die Team-Comps, mit denen wir die Cups gewinnen. Poke. Oh, da haben sie Angst. Da weiß ich so krass ein Poke. Jungs, denkt dran. Wir smocken. Die sind tot. Erstmal smocken wir. Smocken. Catch-Comp. Catch-Comp. Smocken. Poken die einfach von 100 auf 0. In einer Combo. Was hast du für ne Farbe, Sola? Äh ... Den ... Den Elfen, so grün. Grün war ich, ey. Finde ich gut. Ne, finde ich nicht gut. Machen Feuerwehr. Standard. Facebook-Skin. Ey, geh ich hier ... Geh ich hier ... Cleans, oder geh ich doch für Ignite? Musst du entscheiden. Ich würd für Cleans gehen. Ja, würd ich auch sagen. Ich bin eigentlich confident genug, muss ich sagen. Ja, wir haben schon Ignite. Ja, aber dann wär TP vielleicht noch besser. Ja, im Endeffekt, was kannst du Cleansen? Ash, Arrow, Shen, Thorn sind wahrscheinlich die Relevanten, Spaz. Oh, vielleicht. Ich bin confident. Mach wie du das. Ich höre fake. Ach, ich fick die auseinander. Ich höre fake. Ach, ich fick die auseinander. Also, wir können jetzt nicht sein. Alter, Jungs, ich bin richtig heiß. E war ja auch schon. Null-Tanks versus 3. Sorry, aber lost im Draft. Der Graves hat gar keine Ahnung. Graves, ihr pickt Kane. Da war aber krank. Da war nicht Onstage, ne? Weißt du, nur weil irgendwas gerade trendy ist, machen wir das nicht. Wir bieten auch nicht in unserem Shop Fidget-Spinner an. Ist so. Ja, aber warum nicht? Wir heißen ja auch nicht Con-Crafter. Wir heißen ja auch nicht Fidget-Spin-Spin-Spin-Spin-Spinner. Das wäre so gut gewesen, Mann. Alter, scheiße, stimmt. Ja, ach. Ach, das fällt euch jetzt auch? Das fällt euch jetzt jetzt auch? Die Moneten. Die Moneten. Ein Spand-Inferno-Spinner. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch einen Fidget-Spinner gekauft hättet. Die Moneten. Da, der Batzen. Da, Mastery 7, Leute. Geil. Was ist denn das für eine Bot-Lane, Alter? Was ist das denn? Warte mal, du hast Flash und bist nicht auf Mastery 7. Seid ihr autofilled? Ich hab niemanden auf Mastery 7. Ich hab keine fucking Champion-Charts, Mann. Oh Gott, mit sowas spiel ich nicht. Du kannst die mit IP kaufen. Du weißt also, ich soll morgen jetzt Back-Open-Lane machen, ja? Wollen wir in Vayden? Ja, 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 ja. Jawohl. Das ist cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ahoy. Wollange auf Spandau. Die haben einen Raum, wir können nicht in Vayden. Spingen auf Kandau. Ja, wir können nicht in Vayden. Puttern da jetzt rein, Alter. Wollen wir auf Kingdau. Aber die haben halt einen Raum. Also, Bot-Lane haben wir... Alter, warum ist Sola denn jetzt auf einmal so laut? Pressure. Sola so weit weg? Ja, auch. Das macht mich viel mehr kaputt. Was bin ich? So, ihr invaded, Lul. Alter, willst du mich verarschen? Er ist protected. He protect, you invade. Schau auf, ich zeig mich jetzt hier und dann denken die... Wir treiben die jetzt einfach zu dir. Alter, das ist halt... Jawohl, jawohl. Da seh ich uns. So protected hier keiner, Alter. Ja. Bei denen die Top-Seite im Rehen. Die werden da nicht rein jetzt alleine. Alter. Wenn die hier zu fünf stehen, dann hätten sie es verdient, mich zu kriegen. Okay, gut, das stimmt. Okay, Max, ich komme. Äh, das können Sie hier? Jo. Angst. Okay. Welche Land of Pressure? Ich werde im Top-Lane, ne? Wir machen Top-Lane komplett lang, Kevin. Und Johnny, kannst du hier wieder warden nachher? Ähm, gegen den Kragers? Alter, ich werde nur gecheesst im Jungle. Also nur, ne? Ja, aber wenn der Kragers invaded, dann tötest du ihn. Jo, aber was ist, wenn er da jetzt irgendwie... Okay, okay. Ja, mach ich, mach ich. Ist okay. Aber... Mach einfach nur ne Frage. Ja, kann ich von dem Mann. Aber dann wardest du später bitte für mich. Das wäre super. Ja. Jo, ich mach doch viel... Hier ist, äh, Bot-Lane. Ich fuck mich ab. Ja, da musst du, wenn das nochmal passiert, das ist jetzt zwar schon zu spät, wenn das nochmal passiert, musst du halt gucken, dass du die Minions kriegst. Also, dass du die nicht abgibst und unter keinen Umständen, weil du jetzt bist nicht Level 2. Jo, aber, dann sterbe ich. Nee, du kriegst jetzt 100 Damage oder so. Ja, ist jetzt scheißegal. Die haben mir grad... Die kamen mir grad nur und haben... Scheißegal! Scheißegal! Nein, die haben mich auch gehittet. Geil. Ich bin weggerannt, weil die mich angegriffen haben. Ja, und du hättest... Kack, egal! Das ist wirklich völlig schnuppe. Na ja, wenn's nochmal passiert... Ja, dann können wir nach dem Game drüber reden. Ja, wenn's in diesem Game nochmal passiert. Ja, dann erschieß ich mich, weil dann hat die Bot-Lane keine Pressure, wenn die Bot-Lane nochmal bei den Graptoren wählt. Dann erschieß ich mich. Ja. Ich mach Full-Clay, Kevin, ja. Das ist cool. Kevin? Okay. Ah, Kevin. Alles gut, alles gut. Top ist fast tot. In dem. Ja, okay. Ich geh hier wohin. Ich geh auch wohin. Ich geh hier wohin. Also... Ich glaub ja Top-Sight gestartet, oder Geister. Ich glaub ja Geister. Denk ich auch. Weißbrot. Was? Der hat auch Null im Air, der Kollege hier. Was? Der hat keinen im Air und du machst... Papi-Damage. Deswegen... Passt du den halt weg. Hey. Oh... Verliest etwa die CS an den Turret, das ist aber schade. Einfach rein, du die Ficker. Ganz ehrlich, die haben's auch verdient. So Kevin, ich würde jetzt kommen. Ja, komm ran. Ich hab bitte noch keine Pressure. Also... Erstmal für den Krabbel. Geben die Stand getroffen, oder? Ich hab Krabbel. Hab Krabbel. Hat der irgendwo geworden? Oh, der ist hier. Der ist hier unten. Grager ist unten. Ja, wollen wir dive? Geht das? Ja, äh... Nächste Wave. Diese Wave nicht. Unlucky timing. Unlucky timing. Ja, ich mach's lauter kurz. Kutscher willst du einfach nach vorne gehen? Ich bin richtig weit vorne. Echt? Okay, dann mach ich die 3 auch lauter. Ja. Also Kragas auf der Zeit dauert wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen, wenn das aufzuhauen hat. Er hat 11 CS. Ne, ich rapp das. Soll ich jetzt auf Shen kommen? Kragas mit Drain, ich bin safe. 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 Kragas mit Drain. Okay. Kragas mit Drain. Weil ich versuche ihn aber noch zu brauchen. Wir sind. Sorry. Auch eigentlich haben wir den Schaden. Ich denke auch. Wenn wir jetzt noch ein bisschen witz. Macht's halt sicher, ne? Nicht, wenn ihr da jetzt steppt. Also Kragas ist bei mir so. Ich glaube nicht, dass sie da sterben können. Also sterben, glaube ich. Ist nur von dem Porn auch passen. Ja. Wie geht die Richtung runter? Der wird wahrscheinlich Wölfe jetzt machen. Du kannst auch die ganzen Top-Seiger von den Abstand. Ja. Der kommt nochmal für mich. Wie geht's zu deinen Geistern, Max? Ja, ich geh back. Kannst du ihn ein bisschen nerven? Ja, ja. Ich werd den da richtig. Oh, ne. Die haben mich gesehen. So was? Hinteraus? Nein, ich hab richtig viele gestealt. Ich bleib hinter dir. Ja, ich bleib hinter dir. Ich kann nicht vorher. Ich hab keinen Flash. Oh, ja. Ich hab keinen Flash. Okay, wie sieht Spotlane aus? Alles gut. Hat er keinen Flash? Nee, ne? Braucht ihr einen Gang? Da ist immer noch Kragas drin. Also können wir probieren, aber brauche ich keinen Flash. Ne, da ist er, da ist er, da ist er. Kevin, ich glaube er hätt geflashthaunted auf mich. Hey, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir aber auch nicht. Also Bottling Gang braucht ihr nicht, ja? Auch nicht, aber wenn... Okay, dann Jungle. Ich würde jetzt vom Bot nach Top wieder Jungle nochmal gangen. Aber das war jetzt grad wieder Podszeit. Bevor der Level 6 ist. Ich hab insane Damage. Ja, deswegen. Bring die einfach nach vorne um. Wir sind die zwei hier unten. Ja. Wer ist Bottom? Der ist hier. Der war noch nicht Base. Der war noch nicht Base. Der war noch nicht Base. Und Level Max. Ja, ja, ja. Der weiß halt gar nicht was er machen soll. Ja. Der ist grad hier irgendwo? Ja, ja. Der hat irgendwas... Johnny, wo soll ich gehen? In dem Camp in Town? Hier in dem Busch. Der hockt da den ganzen Tag. Das ist richtig anstrengend. Also ist nicht schlimm, aber ich kann halt nix machen auf der Länge. Exit can. I take it. Da, ja? Jo, danke dir. Ey. Kevin, I'm coming. Topside. Dauert aber noch. Ich mach noch Camps. Jo. Alles gut. Kragas. Entweder geht er jetzt Back. Also, Bot Jungle hat er ja jetzt gemacht. Ich würde sagen, er geht Back, weil er lang nicht... Er war ja noch nicht Back. Er hat Topside. Vielleicht glaubt er halt, er hat alles ab. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber es kann dann sein, dass er Topside gankt. Es scheint auch schon ein richtiger Dock zu sein, so. Also ich glaub, wenn Toplane für den Gang callt, läuft er da hin. Ja. Esch hat mich hier grad aufgedeckt. Das heißt, äh... Ja, die wissen eh, dass ich hier bin. Dann deck ich immer auf. Uri ultet mit Lane. Okay, ich klee den Ward hier. Oh, dann können wir drauf einfach. Können wir drauf, Kevin? Ja. Go, go, go. Okay, passt. Kannst du hier in Pink Ward klingeln? Ich klee den Ward, genau. Pass drauf, vlog das auf, ne? Und mit Lane. Ne, mit Lane ist Base. Los. Der hat keinen Mana mehr gehabt. Okay, ich mach die Cover und dann komm ich einfach wieder. Kannst du auch Rob machen gehen. Also ich bin super bei hier. Ja, ja. Dein Level 6, vergesst nicht. Ja, ja, ja. Wir chillen. Johnny, du hast grad Pressure, ne? Ne, ne, ich boost jetzt Base. Also die, die hat vor mir gerecault. Also eigentlich hat sie die Pressure. Gragas ist top. Ich komm mit Kevin. Oh, fuck. Kannst du hier noch ein bisschen Damage geben? Oh Gott, ich beeil mich so hart. Uriana kommt halt jetzt von der Midlane raus. Also geh da nicht hin, Max. Du... Okay, Uri wird von hier kommen. Ich werde gleich wühlen gehen, wenn der Schritt weg ist. Ah, schade. Renn, 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 renn. Einfach raus. Der hat jetzt Ult. Denk dran. Er hat jetzt ultra viel Top-Buzzle für mich. Okay. Er hat noch 6 Kader. Er hat keinen Rollers. Bot ist slow jetzt. Bot ist slow. Ich würde jetzt runter junglen und dann... Kannst du einfach Raptoren, Blue und dann gucken? Ja, geht. Ne, ich mach Grump, Blue und dann jungle ich runter. Ey, ich meinte Grump statt Raptor. Geflasht? Und dann können wir gucken, ob wir den Drachen machen, wenn wir irgendwie Mitter abholen oder so. Oder Bot-Lane gehen. Ja, stimmt. Das ist ein Award für die... Okay, Jeremy. Okay. Okay, kurz Pflanze. Kann man jetzt... Mitteln ist so ein bisschen eklig, aber ist voll okay. Ich will halt nichts riskieren wegen Shen. Oh, dann sollte man stärker sein. Ich hab's. Ich hab ihn. Also bald schon Ult. Können wir Bot eigentlich all in gehen. Ja, same. Also mit Lanes sein. Aber ich... Keiner will halt first gehen, ne? Ja, ich verliere halt alle Park-Raves immer mal einen random CS, weil ich halt Rosanna bin. Von daher... Oh, Leute. Da ist ein bisschen die Farben behind, aber abseits davon ist es nicht schlecht. Ich glaub, die war nach Base jetzt. Ich glaub, die wollen... Alter, ich für dich cup. Wir pushen. Alter, hier ist ein Pink. Ich geh den clear. Ja, das ist hier. Ja, freest du den. Ich treffe jetzt. Da kann ich freesen. Tennis-Tort gerade. Ja, wegen dem Base-Bot. Du hast ihn gekillt, ne? Ja, er macht einfach weiter so. Ja, geil. Das ist super. Wir haben... Das ist da das Gaming, du kannst versuchen, den ganzen Top hin zu holen. Ja. Ich bin halt die Nummer 1. Läuft's raus. Komm, läuft's immer wieder, ey. Hier wird der einmal seine Late-Bit-Juggles. Wow. Jo. Oh, mir hat geklänzt. Das ist das Johnny-Syndrom, ey. Da warst du, ne? Nice. Da können wir halt contesten, auf jeden Fall. Ja, deswegen meine ich. Die erste hat keine Schuhe, die ist halt super anwendig. Kevin ist halt es safe, der auch. Kevin ist halt es safe, der auch. Ja, Kevin ist ja richtig. Können wir dann mit 4-Mot-Links? Nee, ne? Denkt man, dass wir gegen Shen eigentlich immer Lanes brauchen. Es ist halt immer noch Ash und Braum und Shen. Also, Ash-Arrows raus und Braum war mit Lane. Da war jemand hinter dir, Johnny. Hast du gesehen? Ja, Braum hat mich gegankt. Der war immer im Gesicht. Und Ash-Arrow. Ich komme hin. Ich komme hin. Also, Ash kein Arrow, wie gesagt. Ich gehe erstmal weg. Ich gehe erstmal weg. Wäre cool, wenn ich von Max hier und hier einen Ward kriegen könnte. Ja, ich gehe weg, dann können wir das machen. Hast du noch Zeit für den Eingang? Ja. Weil ich, ich kriege einen easy Second-Turm-Shift. Also, Ash hat keinen Arrow. Ja, aber Shen hat ult. Ich hab keinen Bock, das zu riskieren. Ich bin auch hier gegen Reisen oder mir drei Kills ab hier oder so. Okay. So neat. Ich hab Morellos, hab ich gebased. Ähm. Johnny, du hast keine Pressure unbedingt, ne? Doch, doch. Aber wir können gucken, ob wir mitlanen wollen. Also, wenn du bei mir in der Ecke bist schon, aber ich kann halt nicht. Ich würde halt gucken, dass ich hier Vision aufbaue für Kevin. Und vorher würde ich nur Wolf und Krabbel machen und so. Wenn du die Vision da hast, Max, wenn du die Vision da hast. Ja, dann ist... Wenn wir Gragas dann sehen, die können sofort zum Raquel werden. Ja, ja, ja. Ich hab halt in zehn Sekunden wieder ult. Aber wir können auch einfach in die Mitte gängen und gucken, was passiert. Die hat halt kein Cleans. Also, wir können das schon machen. Aber die wird halt jetzt recallen. Also, die pusht jetzt die Wave durch und recallt dann. Ja, super. Dann mach ich vorher die Krabbel. Jo, guck hier. Die geht jetzt Base. Oh, Ori zieht Bot. Ori zieht Bot. Was macht denn die da? Wollen wir einfach Mitte dann reinpushen? Oh ja, die wollen euch diven, glaub ich. Ne, ne, ich zieh Bot. Ich zieh Bot. Haben wir TP? Haben wir TP? Ja, aber Gragas ist top. Okay, 3-on-3-Botlane im Zweifel. Ansehe, dass Gragas hier ist. Ich bin viel stärker als die Ori. Gragas ist Bot. Gragas ist Bot. Gragas ist Bot. Gragas ist Bot, okay. Wollen wir Harold machen? Ich komm mit. Ich bin in Range. Ja, das war bad von mir. Fuck. Genau. Gragas war Bot, ja? Ja. Gragas war Bot, hat geultet. Supertoll. Schnitzel. Oh Leute, bleibt einfach stehen. Echt hat nicht Geralt, ihr habt bald wieder Ever-Ready wahrscheinlich. Okay, ich geh wieder mit. Roman hat auch nicht geultet. Uri hat dafür ihr Recall-Timing abgegeben, also ich hab mit deinen jetzt Pressure. Du kannst auch Solo-Herald machen, wenn du jetzt hier gewordet hast. Hier und hier am besten. Das ist ne gute Idee. Jo, mach das mal. Das hört sich gut an. Solo-Herald. Du bist halt immer nur hinter ihn laufen, wenn das Auge offen ist. Ich verstehe, ja. Also du, ne? Mit dem von hinten nochmal attackieren. Ja, ja, ja. Das hört sich ja nicht weg. Gut. Da ist chillig. Kragas top. Kragas top. Uri in Mitte. Ich hab ja ne Mücke, Alter. Okay. Kragas irgendwo hier gerade. Ich sag's aus, wenn ich Hem gehe, dass der Chen ultiht. Ja, mach's einfach nicht. Wir haben halt keinen Grund dafür. Ja, deswegen. Das Ding. Das Ding ist halt, wenn wir in so einer Situation wie jetzt gerade, wenn da der Chen ulti kriegt der Kevin T2-Tilt wahrscheinlich. Außer Kragas ist da. Ja. Kragas weiß halt gerade gar nicht, was er machen soll. Aber wenn du ins Katzen kannst. Mach's gerade eh. Ich denke wir haben... Er ist hier, er ist hier. Ich komme, ich komme. Collapse, collapse, collapse. Der weiß es nicht, der weiß es nicht, der weiß es nicht. Mach einfach, mach einfach. Ach man. Alles gut. Okay. Wo wollt ihr den Helvet benutzen? Toplane oder? Mitte. Ja, Midlane. Um es aufzumachen, die Map. Ich würde Botlane und dann Drake machen, oder? Ja. Wir machen lieber Mitte, denke ich. Okay. Ja, Johnny, ich würde jetzt mal ganken, ja? Nee, nee, ich habe geolte. Könnte ich ganken. Ich habe Pinkbot dabei. Kragas ist Botzeit. Okay, sein Red ist gleich ab. Wir können topdiven. Ja. Pass auf. Ich habe halt jetzt gerade keine OLED. Also das ist die einzige Phase, wo Ori so ein bisschen pressure hat. Aber ich stehe trotzdem hier im Turret. Kevin ist so ahead. Das wird schon. Ja, ja. Klasse. Okay. Botlane fightet. Vielleicht können wir da TP. Wir sind safe, wir sind safe. Kragas ist Bot. Ja, Shen ist hier miss. Shen ist hier miss. Ja, Kragas ist bot. Was geht mit ihm? Hä? Der ist ja die Seed, ja. Ah, ja. Lol. Ja, also wir haben Ash-Ult und Brom-Ult raus. Ihr könnt hier theoretisch einfach oben den Harald benutzen, oder? So wie er da steht. Der kann das doch nicht deffen. Ja, wir gucken erstmal was Shen macht. Ja, könnt Harald usern, sie ihn dann weg. Der Shen kann das ja niemals deffen. Nee, nee, nee. Du kannst jetzt ein... Ja, genau. Ja, ich mache jetzt kurz noch den... Ich mache gerade den Red von Kragas. Den mache ich noch und dann können wir das machen. Mhm. Ich glaube sogar noch mit dieser Wafer. Ich bin auch ganz gut dabei. Du kannst ihn in der Joke-Point hier pocken. Also hier, in dem Eingang. Ja. Dass er direkt den Turm angreift. Du meinst hinterm Tower? Nee, 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 hier links, links, links. Okay. Wo du gerade stehst. Genau, genau. Weil dann kriegt er nicht mehr die Minions an, falls welche sind, sondern direkt den Turmboltz da rein. Ja, aber das ist ziemlich lame. Aber ich fahre einfach so. Ja, ja. Ja, wenn wir die zwei Turmblands durchkriegen, dann können wir einfach mit vier Mann Bot pushen into Drake. Ja, ja. Wir sollten danach, sollten wir eh die Lanes auflösen und Jace quasi zum C-Trim benutzen oder halt Split pushen. Mal gucken, weil die kommen halt gar nicht damit klar. Ja, ja. Ich könnte theoretisch den Pip einfach holen. Ja, das ist ja wirklich so. Ja, die müssen halt mit zwei Leuten mindestens, wenn die so drei hoch. Das ist ganz so, war fett. Und dann einfach Bot lane pressuren. Das soll passen. Ja, man würde einfach die Minions, äh, die Wards, die wir an den Barons haben, die zwei, nach vorne verschieben. Einen so fast in die Base. Guck dir mal die Vision im Top Jungle an, Alter. Das ist komplett delicious. Das ist einfach Wet Dream, Alter. Mua. Das mit Jace, Alter. Da kannst du alle wegknallen, die durchkommen. Oh, ein Wald. Ich hab mitleidend ziemlich wenig Mana und keiner ult. Also es kann gut sein, dass die, dass die Ori jetzt quasi First Move hat. Aber der Blue ist auch bald wieder da. Wir sind ready, ne? Jo. Also die Battlezeit sind auch 80 Sekunden, kein cooldown, äh, keine ult. Das heißt, wenn ihr jetzt da in den nächsten 50 Sekunden oder so ein Plan kriegt, können wir auch base und dann instant den Break machen. Oh, was mach ich denn? Ich interne wirklich. Ult sieht bot. Seid ihr da safe? Muss ich move'n? Naja, ich bin, glaub ich, tot. Naja, ich bin, glaub ich, tot. Ja, Shen. Jetzt bin ich tot. Oh. Wir leben, wir nehmen. Sorry. Okay, Uri. Ne, 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 ne. Also Uri hat jetzt Pressure mit Lane. Wir pushen weiter, wir pushen weiter. Bleiben wir? So, ne? Die Wave kann ich bleiben, ja. Also Uri moved jetzt wahrscheinlich nach der Wave. Ne, ne, ne. Ich hab Orlos. Uri kann jetzt auch bot bei Moven. Wär nicht so erfreulich. Einfach Turm, 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 greif ihn voran. Ja, Turm, Turm, Turm. Aber gut, ich glaube, die Uri sollte vielleicht eher top bei Moven. Hier ist Braun bei uns. Ja, Uri immer noch miss. Uri kommt top, ich push mit Lane. Okay, lass mal pushen jetzt. Kannst du die Ori kokken? Oh. Ja, ich hab noch Flash. Hier top, hier top. Ash ist alleine. Okay, wir sind weggekommen und haben Inip Tower fast. Und ich krieg Bitlang. Okay, ich geh jetzt einfach back und direkt rake. Ihr könnt bottom holen, ihr könnt bottom holen. Ja gut, dann geh ich auch base. Ash ist noch bot, wir sind relativ low. Wir müssen noch eine base pushen, bevor wir base. Ja, ich kann doch erst vorher junglen. Also, ich hab... Ja, dann geh doch top, dann geh doch einen Topside-Jungle machen. Ja, genau. Scheiß auf, Scheiß auf. Ja, scheiß auf. Hier wird wahrscheinlich auch Pod abgebrochen, oder? Ja. Wollen nicht. Ich hab gar nicht... Ich hab die Ori gar nicht kommen sehen. Hätte ich einfach die Kokon sind. Die hätten die sogar killen können. Okay, Mitlein pusht der jetzt. Danach geht Ori auch base. Mach mal bitte Grump-Wölfe und dann mach mal... äh, Blue. Wird wahrscheinlich noch zu lange für die Wave hier. Oh, die gehen zum Drake, die gehen zum Drake gegangen. Hunans First Ash. Hat da jemand Blue-Tree? Ne, ne? Ja. Ich glaub noch nicht, dass die dran sind. Ja. Doch, ich hab Bloodwing. Ne, sind nicht dran. Kannst jetzt... Kannst jetzt mit Bottom spielen? Ja. Oh shit, das war ein Fehler. Oh, Karga ist hier. Ich glaube. Ne, ne, pass geht Bottom, geht Bottom, geht Bottom. Wir brauchen uns wieder Bot. Alles same. Wir brauchen uns nur Level 7. Jo, wir spielen... Wenn wir Max noch den Botside-Jungle clearen lassen, dann hat er echt ein richtig gutes Level und Farm für die Phase. Ja. 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 Der war... Der kannte gerade hier oben. Geht ein bisschen deep warden. Warum ist hier? Vorsicht. Ist das der Wind? Also ich werde Top-Pressern auch ohne Vision. Sollte eigentlich 1-2-Avento überlegen. Könnt jetzt auch einfach drüber gehen Max und dem Solo ne Drake by the way. Ja, ja. Kann nicht. Stimmt auch. Ich hab übel gut Pressure. Ich glaube ich mach das so einfach, wenn ihr da halten könnt. Ich kann mit deinem jetzt auch... Die pushen einfach nur die ganze Zeit rein und ich push dann auch aus unserer Farm zu halten. Ich stell dir aber einen Penguin rein. Ja, ja. Passiert hier nicht viel, Bot. Ja, ist doch nice. Ja. Mit Susanna hab ich da kein Problem mehr. Ich lauf die ganze Zeit in Fall of War. Also die Ovi wird irgendwann nervös werden. Äh, Kragas Topside, Kragas Top, Kragas Top. Okay, das ist Free Drake. Können einfach schnell selber zum Drake Routine. Ja. Ich geb die Omi Miss. Kann sein, dass die auch noch Topside kommt. Passt, alles gut. Okay, die grab Turm von ihm sind nicht ab. Also ich hab insane Pressure. Das ist halt der Wahnsinn. Wir müssen aber deine Vision wieder aufbauen. Oh, jetzt wissen wir's. Ja, oh ja. Wir haben jetzt auch gute Botside Vision. Wir können jetzt einfach Botlane pushen auch. Ja, sehr gut. Ja, Botlane twittert noch dreiviertel Leben ungefähr. Ich werde langfristig vielleicht zurück. Was, Kragas ist da? Was, Kragas ist da? Wie bitte? Können wir nicht einfach mit der nächsten Ken Wave Kevin TP und dann pushen wir zum Link? Oh, hier bei mir, bei mir, bei mir. Kevin TV heißt das. Oh, da können wir die nicht helfen. Aber wir kriegen Damage of the Pirate. Cool Side House. Du machst das fantastisch, Max. Du machst das perfekt. Ja. Ich hab den Half-Life gekloppt. Alter, wow. Hast du einen Lantern? Die haben super viel raus und der Varus ist fast tot. Ey, die Ash. Äh, Kragas ist noch da. Und Kevin noch in hier mit. Warte, lass mal hier Pressure, dass der Kragas nicht weg hat. Ich dachte, er hat da keine Vision. Kragas kein Base? Die Ash hat halt nichts, ne? Oh. Na, Kale wird allerdings. Oh, Varus ist hier. Du kannst hier. Du kannst hier. Varus ist hier. Varus ist hier. Ja, Varus ist hier. Oh, nee, das ist wieder da. Oh, shit. Es hat schon gereicht, dass Kevin da oben richtig Pressure hat. Wollte jetzt back sein langsam. Ja, Varus wird jetzt back sein wahrscheinlich. Ja, Varus wird jetzt back sein wahrscheinlich. Johnny, ich komm ins Mittel. Nene, ich hab das. Ich hab das. Könnt's machen, was du willst. Aber ich krieg mitleine Töte. Dann geh ich mir dagegen aus dem Jungle. Ich hab noch Ulti. Wenn die bleiben, können wir die diven. Ash hat glaube ich keinen Heap mehr, oder? Oh, wir können das Ash. Okay, botlane ist jetzt weg. Okay, ich krieg mitleine auch den Turret. Wir haben botlane. Wir haben einen Mountain Drag. Wir könnten bei 20 Minuten direkt den Barry laschen, ne? Wir bleiben bei der Position. Ich hab 2k Gold. Ich geh kurz rechts. Lass für ein Tier 2 gehen, oder? Ah, nee, war meint. Wir haben keinen. Reset, reset, reset. Ich bring gerade reset. Mach einfach dann Raptoren, Wölfe, den ganzen Shit. Ja, okay. Also nicht Enemy Jungle. Ja, scheinbar bisschen was. Wenn dann Pings und dann richtig schon deep die Scheiße da reinpacken, die Pings. Ja, ihr könnt auch komplett hier und reinhauen. Ah, ich hab leider grad... Wenn ich weiß, dass die unten nicht sind, dann spiel ich oben passiv und dann könnt ihr Free-Tourme kriegen und so was. Was macht ein 20 Minuten Baron aus? Ne, den brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir dann eigentlich. Ja. Es ist einfach, lass er über 1, 3, 1, 2 auflösen. Wir werden über die, über den Drachen spielen und dann eventuell überhaupt nischt. Hat Shen gerade Ult? Ja. So Kevin, wo willst du Wards? Ich gar nicht. Ihr hier. Ja, dass ihr da rumspielen könnt und dann seh ich selber. Hier brauchen wir einen. Dann hier und hier. Macht das grad Mist, Vorsicht. Ja, ich warte auf eure Thresher. Ihr müsst auch kurz aufpassen. Nächster Drake ist auch... Du solltest jetzt schon in den Gegend aus dem Jungle gehen? Ja. Ich geh hier wohnen. Alter Schill ist behind. Ich plässe mich. Ich geh hier wohnen. Okay, mach du dann. Okay, die passen sogar hier... Oh, ich komme. Ich komme, ich komme. Kragas, 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 Kragas. Auf Ori, auf Ori. Kaput. Shen, 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 Shen. Uri, Uri, Uri. Der Bot, der Bot, der Bot, der Bot. Nice. Ja, gut. Das ist GG. Gute Schatten, Uri. Dien, Leute. Wir können bottom in-hip und top in-hip. Achtung. Ah, ist der Ash. Ich renne schon mal. Ich renne schon mal. Ja, ihr kommt schon mal her zu uns. Actually, get base. Get base, get base. Ist risky, die Saga. Die kostet voll. Wir könnten direkt zur Willy, ne? Lasst das machen. Ja, das können wir diesmal wirklich, ja. Die haben keine Vision da. Die sind hinter uns. So, nach dem Retroiler. Und bitte. So stelle ich mir meine LoL-Games vor und kann ich jedes Solo-Cue-Game so laufen, das wäre richtig schön. Solo-Cue, also wen interessiert die Kacke? Dann wäre ADC auch eine tolle Rolle. Okay, wir gehen jetzt Instant Nash. Ich würde einen anderen Call machen. Ich würde Top-Gain hier, Control und dann einfach Bottom warten und dann in Maschinen. Ich glaube Baron ist... Die sind gerade im Raum, die sind gerade irgendwo um Baron rum. Heißt auch, dass sie da nicht engage. Wir können die Vision aber trotzdem holen. Ja. Nee. Ich bin gerade nicht da, ich habe keinen TB. Und mit der Pressure bitte. Ja, ich pushe wieder mit. Ich habe die aufgedeckt. Und aufpassen auf eine Engage, die haben immer noch einen guten Engage. Ihr müsst jetzt einfach nur die Probleme decken. Ich gehe, ich gehe, ich gehe bot dem Action. Ihr geht zu der Top, ich gebitte J-Spot und ich rotiere dann zu euch nach jeder Wave. Wir können Baron machen. Cool, lass das einfach warten. Actually, wir können halt nicht starten. Wollen wir machen? Lassen wir machen, oder? Warum? Die haben doch gerade hier noch einen Pink, aber okay. Let's go, let's go, let's go. Oh, jetzt haben sie es gesehen, wollen wir abbrechen? Abbrechen, 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 abbrechen. Das ist keine Regen. Wir machen das für ein cleanes Game jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können echt einfach den Top inne nehmen. Wir machen das so wie getan. J-Spot, ich gemitte, ihr geht zur Trip Top. So, wir gehen jetzt Top. Wir gehen jetzt Top. Und ich rotiere dann jedes Mal euch nach. Da ist ein Pink Ward drin. Wir können die Wave null clearen. Hier ist auch ein Pink Ward, also die beiden müssen wir auf Dauer clearen. Wollen wir den gemeinsam clearen? Jaja, erst den da oben, erst den da oben. Max, weg. Ja, ja. Nimmst du die Wave an? Ich liebe das, Alter. Ich liebe das, Alter. Wir dürfen das nicht so clearen lassen hier. Oh, gerade ein Hook löst. Ist er tot. Ja, ja, ja. Ja, ich komme von der Seite. Nice Hook. Ich bin ein Franks, Rastana. Hallo. Ich bin ein Inup. Nein, nein, got up, got up. Nö. Inup. Nach dem Inup kriegen wir einen Nash oder so. Ja, jetzt Vorsicht. Oh, Alter. Feuchte Wurzel bei dem Farm. Mein Farm ist auch nice. Oha. Die Ori Old. Ja, ja, ja. Nicht raus, doch. Die Ori Old war Sahne. Ich game stelle mich nicht. Ich mach, ich mach zwar einen übelsten Damage. Oh, ich... Mach das. Ja. Könnt ihr... Ficken, ficken. Achtung, Ori. Hat Ori noch Flash? Ja. Das weiß ich nicht. Können wir mitmachen? Wir müssen den E-Bot und Top-Bot treffen. Der Turt sollte free sein. Ja, es wird halt Zeit bis zum Reset, ne? Sie hatte noch Flash. Jetzt hat sie keinen Flash mehr. Du sagst, sie hat noch Flash. Ich hab nichts gehört. Aber... Das war jetzt nicht geil. Es war kein Flame. Wollen wir nicht barren? Ah, zuerst. Ah, zuerst. Machen wir noch schneller. Ja. Ich ignoriere jetzt meinen Jungle, ne? Wir sind so ahead, dass wir... Ja, kannst du die auf dem Weg nehmen. Wobei, also wenn... Ja. Gerade dadurch, dass du so ahead bist, kannst du sie halt auch easy aufm Weg klären. Jay können wir auch mitnehmen. Hörst du manchmal nicht zu, ey? Ne, ich höre grad irgendwie echt nichts, also... Es ist nicht so, dass ich gerade was anderes mache. Ich höre wirklich irgendwie nichts. Also nicht... Ich nehme es irgendwie grad nicht wahr, was ich sage. Ich hab keine Ahnung warum. Ja, wir können jetzt übrigens noch den Drake machen, Jungs. Uri hat kein Flash mehr. Ja. 100. Ich hab mir gedacht... Willst du den Barren machen? Ja. So. Hab gedacht... Nur ein Smile, das gebe ich mir für den Barren noch. Wir können einfach starten. Fängt einfach an. Jo. Warte, warte. Zuerst wir schon. Zuerst wir schon. Ja, deswegen. Go. Magst du ein bisschen nach vorne? Ja, ja, ja. Kommt ihr? Jetzt. Leute. Ja, ja, wir kommen. Jawos. Achso, ich... Okay. Okay, bei 1500 Bursten, ja. Jo. 100. Boah, Alter, du hast bei 85 gespeitert, glaub ich. Nein, nein, nein. Wir haben gemeint. 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 Okay, wir sollten einfach back. Wir können das in 12-2 sogar noch zu hören. Ich bin noch ziemlich healthy. Ja, Mann. Ich will erstmal... Einfach gucken, was da geht. Braum, 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 braum. Okay, passt. Passt gut. Okay, wir chillen, wir chillen. Wir können die einfach nicht back lassen. Lass die nicht back, lass die nicht back, lass die nicht back, lass die nicht back. Ja, ja, ja. Ja. Lagas ist hier, der trappt. Ich stehe hier rein in die Base. Lass sie einfach nicht back, dann finisht Kevin. Einfach nicht back lassen. Hier ist noch einer, Max. Jo. Den kriegen wir auch noch. Ah, das ist Game Over. Ah, ich weiß nicht, ob ich das hier bestanden habe. Oh. Guck mal, ich... Jetzt kommen die langsam zu dir. Ah, die geht. Oh. Das war so lange, dass du das überlebst. Das ist echt nicht fair. GG. Sauber, Jungs. Boah, ist das befreiend, Alter. Besser als Alalas. Spandau lebt. Spandau lebt. Spandau lebt. So. Runde 1. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Das war ein juicy Game. Alter, ich will jetzt richtige Zuckertweets. Also nicht jetzt, sondern gleich. Ich post jetzt Spandau lebt. Nein, Junge. Das muss ich mit Spandau Inferno. Und jetzt habe ich das viel vor. So. Vielen Dank.